Ich kann da noch ein Fleischstack gegessen, kann ich mich erinnern. So, ab zum Fuß. Was ist da noch mal los? Ne, ich bin fertig. Hallo, hallo. Kann ich gleich machen? Äh, äh, äh. Hallo. Tut mir leuer. Hörst du, du låst auf. Der ist vom Klappe, der ist auf. Du bist der hier. Du bist der hier. Und du hast den hier. Das ist der hier. Das ist der hier. Der ist der hier. Das ist der hier. Jenny, deine Binde! Und sie so ruf! Siehst du? Sehr gut! Sehr schön! Wunderbar! Danke! Ja, ebenfalls! Warum willst du das noch mal? Wolltest du mal jemanden? Na klar! Sie haben bitte schon gegeben! Tschüss! Was ist der jetzt noch? Freundlich? Jetzt machen wir noch eins. Was ist das für ein Blitz? Manja! Manja! Bis morgen! Tschüss! Peter! 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 Rosenblatt! Ruf! Christoph! Goldenblatt! Die Brotaufgängung. Oh, was sieht das? Wunderbar. Ich lasse die Tür jetzt auf. Vollzählig. Sehr schön. Schön war's. Schenken wir in der Sprecher. Sehr schön. So, losfahren. Und wir haben nicht mal was zu trinken. Na ja. Ja, Milch, lecker. Ja, was zu trinken? Ja, toll. Jetzt mal hier noch nichts zu trinken. Aber das wäre mal eine Maßnahme, Cola zu trinken. Ich schenke mal aus. Ich schenke mal aus. Irgendwelche Wünsche? Ich schenke mal aus. Cola bitte. Cola? Irgendwie ohne Cola. Ja, ich trink doch nichts. Cola mit einem Myra Wannerfleisch. Cola für alle. Erstmal, äh, nicht mehr viel drin. Nicht mehr viel drin. Ja. Viel drin. Und Cola. Oh, hier sind ja noch Dosen. Super. Kann ich das mal durchreichen? Barmann, Chris, bei der Arbeit. Becher brauchen wir auch noch, Schätze. Bei meinem Ninja-Bike, äh, Barkeeper. Genau. Hast du die Einzelne? Und noch ein Döschen. Oh, ein Becher. Becher für alle. Ohne Becher geht's nicht. Keine Becher, nur Gläser. Lieben wir keine mehr? Ja, da liegen noch welche direkt vor dir. Ganz unten. Es spielt Herzchen. Ich bin noch blind jetzt gerade. Ja. 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 So, nehmt ihr euch eine Cola. Danke. Vielleicht ist das ja Alkohol. Vielleicht ist das einfach mal, vielleicht ist ja Alkohol. Riecht nach Cola. Riecht nach Cola. So, Stößchen, Stößchen, Stößchen! Prost, 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 Prost! Stößchen, 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 Stößchen! Oh, warte noch! Nein, nein, schon! Wenn er da schlechter als Jaki da war. Sehr schön, so muss es sein. Schön war es. Schön war es gewesen. Noch weiter jetzt nach Berlin. In ein paar Stunden, aber leider habe ich meine Uhr vergessen. Echt? Die Jungs noch in der Hosentasche, oder? Die sind gerade duschen. Mit meiner Uhr. Egal. Ist doch ein bisschen wasserfest, oder? Na ja, leider nicht. Von wegen Männer hier nie zu zweit irgendwo hin. Auf Klo, in der Dusche, überall. Ja, geht schneller, Sand. Geht schneller, ja. Wenn man sich, wie gesagt, den Rücken schrubbt, ist so effektiver. Ich schrubbe nicht gerne meinen Rücken, ja. Und mehr. Niki macht's auf der Bühne. Ja, du schön. Die muss dann danach. Morgen bekomme ich meine Badehaube. Können wir mal diese fürchterliche Flasche Wolbeke wegnehmen? Ich meine, die ist ja schön, aber... Sieht schon aus wie sieben Tage auf Tour. Wir haben alle gesammelt. Mit einem Spritzer Saft. Mit Spuren von Hintbeeren. Ja, möglicherweise. Das heißt, wir können jetzt hier auch nochmal schmucken. Jetzt zeigen wir euch, wie man sich aus einem Becher und Cola einen Aschenbecher baut. Klingt komisch, ist aber so. Geil war der Stolz. Du, jetzt müsstest du eigentlich nochmal runtergehen und die Jungs kann duschen. Ja, hab ich ja gesagt. Nicht immer nur Frauen, aber auch mal Männer. Die anderen haben aber zu lachen. Die sind da ja nicht abgeschlossen, dass sie da duschen. Silvan, renne! Rennen! Silvan, du musst! Bitte nach Pierre! Ach so? Der ist schon heute. Oh, ich glaube, der ist schon heute am Punkt. Der sitzt schon auf dem Duschkorb. Und klingelt. Und klingelt. Und klingelt. Und klingelt. Und klingelt. Das ist die Klo. Und klingelt. Und klingelt. Und klingelt. So, ich komme auf den Klo. Ich habe viel Spaß. Viele Grüße. Und klingelt. Und klingelt. Fertig! Speed-pullern! Ich will es nicht sagen. Christian, fühlst du dich bitte ein. Genau. Lecker. Das sieht echt lecker aus. Wer geht denn mit 12? Ab 12 nach 12? Es geht ja nicht so, wenn wir nach Hamburg fahren. Anja, wie eine Banane, bitte. Wie eine Banane. Anja, wie eine Banane. Der schon wieder ist. Mit seinen Gedanken. Anja. Hast du auch einen Arm von mir in der Badewanne gemacht? Äh. Äh. Anja, wie eine Banane. Nimm es wie eine Banane. Sprich in meine Banane. Nicht mehr in die Wurst? Nein, ich bin jetzt, weil nach dem ganzen Alkohol müssen wir auch etwas für die Gesundheit tun. Also sprich in meine Banane. Uli, und du? Ja, ein bisschen. So soll ich jetzt ins Bett gehen? Ja. Ich gebe euch ein Zeichen. Ja, dann los. Das ist gut. Jetzt bin ich aufze gue. Und wie wirst ich aufschema Untertitelung des ZDF, 2020